und damit begrüße ich euch zu einer weiteren folge astrobot oder astrosplay home zu sagen wir suchen am letzten puzzle teil in mount motherboard ja ich würde sagen dann machen wir mal auf das letzte puzzle teil würde ich sagen ja Sorry, wenn ich jetzt mal... Ich muss mich echt konzentrieren, sodass das letzte Puzzleteil ist. Wahrscheinlich habe ich das schon wieder vergessen. Oder vielleicht ist es am Anfang der Puzzleteil, ich weiß es nicht. Weil ich kann mal wirklich am Anfang das Puzzleteil übersehen. Und dann gibt es einen Buch bei der Puzzleteil ab. Ich habe den Puzzleteil ab und mich über die Puzzleteil ab. Was ich hätte mit dem Kopf das Auto gemacht, was ich dann zum Beispiel für den Puzzleteil ab. Die Puzzleteil ab und ich sage das. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielleicht ist hier irgendwo noch das letzte Puzzle Teil. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich frage mich, wo das letzte Puzzle Teil ist. Ich will ihn jetzt rausschneiden, aber... Vielleicht wird es hier ein Part werden, wo man den Puzzle Teil finden muss. Warte, ist es wirklich am Anfang irgendwo? Rechts hier irgendwo? Warte mal. Nee, gut. Ich dachte... Moment mal! Nein! Aber weiter wollte ich es nicht. Aber ich glaube, da war kein Puzzle Teil, wenn ich mich nicht erst erinnere. Beim Wasserfall! Beim Wasserfall! Aber eigentlich gibt es beim Wasserfall was vor. Ja! Ja! Ja, das war jetzt wieder dumm. Na gut! Na gut! Na gut! Na gut! Ja, guck an! Wir haben das letzte Puzzle Teil, Freunde! Aber wir können das Level jetzt beelden, Freunde! Weil so viel ist er jetzt auch nicht mehr. So, und das heißt wir haben jetzt alles. Wir haben alles gesammelt hier in Astros Playroom, also von den Welten. So, wir gehen noch mal zur Gatschermaschine, weil wir haben ja noch ein bisschen Geld. Da haben wir hier nächsten Kotz. Artefakt, die PS4. Weniger Gewicht, aber die selben Magie. So ein Entertainment. Artefakt. Oh, die PS1. Oh, eine Baby-Konsole. Also so eine kleine Playstation A1 gesagt. Oh, Niete. Und total. Und total. Oha, wie cool. Oh, ein Dino. Oha, Niete. Puzzleteil. Aber wir haben leider nichts. Aber dafür füllt sich unser Playstation Labo etwas. Oh, noch zwei Puzzleteile. Ja. Aber ich weiß, wo wir noch welche Münzen sammeln können. Ah ne, ich gebe mir keine Münzen. Wir brauchen noch ein bisschen Geld für die Restlichen. Und da weiß ich, wo wir hingehen könnten. Was ist denn voll gereicht? Das kommt aus dem Keller. Das ist der Ansehen. Ja, mach ich dann. Und da hat sich jetzt auch die Musik etwas verändert in so einer dunklen Version. Aber das Finale hebe ich mir für später auf. Ich lasse mir alles einsammeln an Geld. Das kommt eigentlich schon wieder in die Katschemaschine. Aber jetzt für 100 Münzen lohnt sich es ja eigentlich gar nicht so. so richtig. Oh, was ist denn hier? Hier haben wir auch Geld. Ah ne. Ach hier, guck mal. Die Waffen, die wir in den Welten, da wird bestimmt das doch dieser Fall und Bogen sein. Ja, mit dem Saugnapf. Guck mal. Hintgerecht für Astro. Oh, sorry Kleiner. Oh. Wie süß. Oh je, jetzt ist er wütend. Ja, ich würde sagen, das große Finale von Astro's Playroom werden wir dann im nächsten Part machen. Also wie gesagt, jetzt habe ich alles eingesammelt. Hier sind überall Kronen. Und ja. Wie es dann ausgeht, seht ihr im nächsten Part, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut und ciao. Ciao.